Wenn du dich auf den Kurs zu erzählen hast, dann dorthin. Wenn du dich auf den Kurs zu erzählen hast, dann hörst du dich auf den Kurs zu erzählen. Dann wär das so wie ein Video, wie ein Trichter violiner! Musik 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 Wieder eine Eigenkomposition, flüssiger Honig mit einem 100-jährigen Taschenkornett, begleitet mit Geige und Gitarre eine originale Django Reinhardt-Gitarre. Musik 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 Im nächsten Stück spielte ich ein 100-jähriges Sopran-Saxofon aus Chicago, vorher eine heutige Klarinette und noch vorher eine Klarinette aus England, gebaut im Jahre 1820. Banjo Banjo Vegafone Deluxe ist die Marke dieses alten amerikanischen Tenor Banjos. Was wäre all-time Jazz ohne Waschbohrn? Miele 1920 Ziemstern Aufschätzung Ich schaue dir das, dass ich das nicht so gut fühle, dass ich das nicht so gut fühle. Das Dück ist noch nicht fertig. Du musst erst fertig spielen. Komm, gib mir das an. Das Dück ist noch nicht fertig. Das Dück ist noch nicht fertig. Das Dück ist noch nicht fertig. Schaufmann wird es noch nicht fertig. Vielen Dank.